Die mache hier wohl ne kleine, äh, kleine, äh, Konspirations, äh, Verschwörungstheorien hier. Ja, das ist, äh, Hexenmeister halt. Okay. Vielleicht oben? Ich sag Hexenmeister sind, ne, oben war ich schon, oben ist er nicht. Okay. Ich nehm an, der ist hier gegenüber, in der Schmiede. Ich guck mir trotzdem alles an, man muss ja wenigstens hin. Oh, das nehm ich, wie viel kostet's? Schönes Bett. Noch, oh, noch ein besseres Bett. Wow, oder? Sogar nette Gesellschaft hier, haha, haha. Ich seh schon, das gefällt hier. Naja, es ist mal ganz lustig. Huss, huss. Ah, ich habe da einen Kriegelehrer gefunden. Nice, warte, 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 ich komm. Lass dir Zeit, lass dir Zeit, guck dir alles an. Warte, hier ist noch ein Typ, William Pestel. Was kann ich für euch tun? Bringt acht große Kerzen, zu William Pestel. Ja, kannst wahrnehmen. Auf dann. Aha, und wo findet man die? Äh, da kommen wir zu, wenn du alles angenommen hast. Ah ja, gut, gut. Gute Idee, nicht überstützen, hast schon recht. So, hier ist noch ein Typ mit Fragezeichen. Meldo und Goldhain. Weiter. Naja, auch hier nimmst du die Kettenhose. Shit. Kettenhose. Okay. Boah, langsam seh ich euch aber echt mal annehmbar aus, so im Vergleich zum Anfang. Na komm, am Anfang, hast du mir doch gesehen. Ich seh besser aus. Die Tiefenschachtmine. Für die Allianz. Okay, gut, ähm, wo ist der Lehrer, Typ? Äh, hier ist erstmal noch eine Quest. Ah, ja, nice. Eine eilige Nachricht. Bildet mich aus, hm? Ach ja. Da kann man sozusagen einen Beruf lernen, oder wie? Genau, der lehrt dich den Schmiedekunstlehrling. Okay, sag mal, welche Berufe würdest du überhaupt empfehlen? Ich kenn mich ja da überhaupt nicht aus. Also für dich als Krieger ist, äh, Schmied gar nicht immer so schlecht. Da kannst du später deine eigene Rüstung herstellen. Teilweise. Und dazu passend wäre dann Bergbau. Also schmieden? Ja, dann mach ich das so einfach. Ja. Gut, Schmiedelehrling. Wenn nötig, Stu 5 haben wir ja. 10 Kupfer haben wir auch. Erlernen! Okay, und... Achso, ich kann das sozusagen erweitern. Schmiedekunstgeselle, und so weiter. Ja, genau. Je höher deine Fähigkeit kommt, desto weiter geht das dann halt auch. Achso, und die Fähigkeit steigt, wenn ich damit irgendwas mache. Zum Beispiel Schmieden jetzt, oder so. Genau. Du müsstest jetzt unter P. Ja. Hast du jetzt unten, da ist der Reiter Berufe. Oh, warte, ich hab allgemein, Furor, Schutz und Waffen. Ganz unten. Achso, ja, 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 ja. Okay. Ah, Stufe 1 von 75. Genau, und wenn du da auf Schmiedekunst oder so steht da, da kannst du halt sehen, was du jetzt alles schon herstellen kannst. Ah, okay, dafür brauche ich aber raue Steine oder Kupferabbarren. Ja, und das bekommst du alles durch Bergbau. Ach, verstehe, und wo kann ich Bergbau landen? Da müssten wir nach Sturmwind. Okay, nee, gut, nicht überstürzen. Ne, können wir ja gleich machen. Dann ziehst du mal die schöne Hauptstadt. Erstmal hier dein Kriegeleiter. Ach, die hat so einen Totenkopf da drüber. Achso. Den hab ich da hingesetzt, ja. Ah, okay. Und jetzt sozusagen Siegesrausch, ne? Ja. Immer wenn ihr ein Ziel besiegt, solltet ihr den Zauber Siegesrausch bei einem anderen Ziel benutzen, um ihm schweren Schaden zuzufügen und euch selbst zu erinnern. Okay. Schönen Tag auch. Schönen Tag auch. Cool. Ah, ich sehe schon, da ist schon wieder eine Quest. Ja. Alter, man wird hier regelrecht mit Quest bombardiert, das geht ja gar nicht. Wie geht's? Finde ich gut. Und ich werde schon angeschrieben, ob ich denn eine Gilde suche. Ehrlich? Ja, das ist normal. Warum schreibt mich keine Ahnung? Äh, guck doch mal deinen Namen an. Ja gut, aber können die Leute eigentlich... Ah! Ah, hier. Die Quest mag abgehen. Jo. Willst du das annehmen? Ja. Und jetzt klickst du ja rechts auf den Typen und dann öffnet sich so ein kleines Kärtchen. Ach, dann kann man fliegen sozusagen. Genau. Und zwar nach Sturmwind. Warte, wollen wir überhaupt schon weg? Haben wir nicht noch die Ahnung Quest hier? Wir kommen noch wieder. Die Folgequests führt uns dann wieder zurück. Okay, warte. Ihr seid hier. Holzfäller Elven. Sturmwind, ja? Ja. Genau. Kann ich mich umgucken? Cool. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ich kann dich gar nicht sehen. Ja, das ist beim Fliegen mit einem Greif so. Das ist normal. Schade. Obwohl, na gut, wäre auch logisch. Sonst würde man bei manchen Routen bestimmt hunderte von Greifs sehen. Ah, naja, seitdem man hier mit Flugmounds fliegen kann, ist das nicht mehr so in. Ah, okay. Uh. Nein. Das ist also Sturmwind. Cool. Ja. Aufpassen, dass du nicht runterfällst. Oh, ja. Kannst du jetzt eigentlich den Chat sehen? Links unten? Ja. Xolubsips, hab andere Hobbys, danke. Oh, okay. Nitzfix ist es nicht. Ja, ja, das ist dann halt der Stadt-Chat. Wo könnte ich denn theoretisch? Der Handelschip. Zweiter Handel? Der war aber schlecht. Den sehe ich. Oh, du kannst ja doch alles lesen. Vielleicht haben die das ja erweitert. Es stand, als ich geguckt habe, anders da. Es war ja gut. Hallo. Schönen Tag auch. Ähm, wir suchen jetzt für dich einen Bergbaulehrer in dem Bein. Ja. Ja, ich folg dir einfach. Sieht hier gut aus, aber ich glaube, hier kann man dich leicht verlaufen. Ja. Ja. Es ist wirklich so. Wenn du dich mal verläufst, kannst du hier so eine Stadtwache fragen. Auch die Hilfe. Klickst du rechtsklick. Und dann... Wir suchen unten, das dritte von unten, einen Lehrer für einen Beruf. Okay. Und... Bergbau. Gellmann Steinhand im Zwergen des Drinks. Genau. Aber ich kann mich nicht genau erinnern. Ja, wenn du jetzt auf die Karte gehst, dann ist ja da so ein kleines rotes Fädchen da oben. Ja. Sturmwind Bergbau. Hä? Ist er da, oder? Irgendwie so nördlich von uns? Ja. So ein Ausrufezeichen oder sowas. Mit Sturmwind Bergbau steht da. Bei mir. Wird schon passen. Ja, ich... Wo bist du? Achso, hier. Ich mach mir auch mal so ein Ding, so ein Mark. Okay. Möchtest du auch eins? Ja! Ja! By the way... Das sind nur wir. Ich wollte grad fragen. Ja. So, wir geben erstmal die Quest hier ab. Mhm. Die hier gleich so ist. Ne, das sind nur wir. Gott sei Dank. Das, was ich trage, nennt man bei uns im Raid die Kachel der Schande. Ja. Keine Ahnung warum. Das ist so. Nett. Es tragen meistens auch wirklich nur die Nubes. Na, danke. Ich steh halt dazu. So. Ach, sorry. Wo ist er denn? Sieht aus, als wär da im Haus oder so, ne? Ja, ja, aber da ist kein Eingang. Ach doch, hier. Ah, hier. Ah, hier. Wow. Die Lateine geglitscht. So. Sie wünschen bitte. Hallo. Na von dir nicht. Du kannst ja gar nix. Was kann ich für euch tun? So. Quest beenden. Für die Allianz. Boah. Ja, das werden wirklich immer mehr Quests. Hast du die neu angenommen? Ja. Ja. Dann gehen wir jetzt, glaub ich, mal fix in den Zwergendestreckt. Okay, da, okay. Können die Leute eigentlich sehen, dass ich nur so einen freien Account hab? Pfff. Mh. Wenn sie dich anhandeln, ja. Aber so sieht man das eigentlich nicht. Oh, was hab ich gemacht? Was denn? Ich hab rechts bei mir gedrückt und dann, was hab ich denn gemacht? Was hast du denn gemacht? Ich weiß es nicht, der hat auf einmal so einen Sprung gemacht. Achso, ja, das ist, äh, wegen dem Fest kriegst du so'n, so'n Buff. Müsstest du bei dir oben links, müsstest du so'n, so'n, ein kleines Viereck sehen. Wow. Ja, das ist ganz normal. Nicht erschrecken. Tatsache, ja. Sonnenwendfestverstärkung. Genau. Wie ist das eigentlich, äh, von wegen Skillpunkte verteilt oder so? Gibt's das hier auch? Ja, mit Level 10. Da-dum. Ja. Sehen wir alles noch, keine Angst. Oh, okay. Wo wir schon so gemütlich in den Sturm sind. Was hätt's für einen kleinen Käuske? Ja. Ja, warte mal, ich will noch, äh, mit dem Bergbau, dann... Ja, ja. Ich muss mal gerade überlegen, wo der ist. Na, ich, ja, hier, dieses rote Dingspump, der muss hier drin sein. Ach ja, hier vorne. Welcher? Der hier? Der hier, ja. Bergbauer, ja. 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 Okay. Erlernen. Annehmen. Ähm, hast du jetzt schon... ach so, warte. Ja. Hast du auch nicht gemacht? Ja. Ja, du musst von dem noch was kaufen. Ne, von dem nicht. Von... Ihr hier. Ja. Und zwar die Spitzhacke. Ach, die gibt's sonst gar nicht. Nein. Kann man auch nicht finden. Hm, doch, aber kauf sie lieber. Okay. So, hab ich. Und das war's schon. Okay, ja, okay. Wenn wir an einem Ärzte vorbeikommen, äh, erklär ich's dir dann, wie das funktioniert. Okay. Gut. Tja, okay, dann würde ich sagen, äh... Setzen wir uns hin. Ja, kann man das? Ja, rechtsklick. Mit so nem kleinen Rädchen. Tja, okay, dann würde ich sagen... Gut, Leute. Dann sehen wir uns, äh, nachher. Oder beim nächsten Part. Oder morgen. Wann auch immer das hochkommt. Online kommt, ne? Gut, dann bis denn. Tschö.